hallo und herzlich willkommen bei red.campus ich bin immer wieder auf die jacken nach dem ticket und heute habe ich das spiel stage of survivors das habe ich auch schon mal gespielt müsste ich ja auch noch drauf haben ja kommt ein update da bin ich wieder das ging gerade nicht weiter deswegen habe ich einfach einmal abgebrochen und geschaut ob es abgebildet dafür da ist ein upgrade update und ja und dann habe ich gesehen ja ich muss ein update runterziehen da habe ich das update runtergezogen und habe mir gedacht ach ich mache jetzt von allen die updates also das zieht jetzt in den bein noch ich glaube 34 updates runter deswegen ist hier oben google play store offen ich hoffe dass ich dadurch keine beeinträchtigung habe beim spiel aber normal müsste das ja mein rechner schaffen das war auch nicht mehr der neueste sound ich höre nichts ja dann schauen wir mal wie es weiter geht hier bei stage of survivor soweit ich weiß habe ich da gar nichts noch mal gespielt ein fordern einfordern 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 also erst bisschen langsamer wie sonst schließe erkundungsfahrt 1 raus so 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 okay so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Erstmal alles einsammeln hier Einfordern, Einfordern Okay Noch mehr Oh, das ist ja richtig viel Ich wusste gar nicht, dass ich so viel gespielt habe Aber ich hatte ja gesehen, dass das so ein Spiel ist, wie ich eigentlich nicht so gerne mag Und deswegen Oh, wir haben es geschafft Ich würde nur noch schnell meine ganzen Punkte ab, hier zum Einsammeln Eine Runde haben wir ja schon gespielt Einmal nutzen, okay Okay Oh, ich habe einen neuen Charakter Level 3 und Level 8 Ich glaube, das muss noch ein bisschen hochgelevelt werden Aber Kein roter Punkt mehr Geht nicht Nachrichten Nach 99 Tage hätte ich Zeit gehabt Da ist nichts Hier ist ein Geschenk drin Noch zwei Tage Ich glaube, das ist ein Geschenk drin Ich glaube, das ist ein Geschenk drin Ich glaube, das ist ein Geschenk drin Und das ist ein Geschenk drin Abgelaufen Okay. ich suche mal schnell eine allianz eine kleine wo fast keiner drin ist hier sind nur 15 drin hier sind zwei drin kann ich jetzt selber eine machen ich brauche 400 solche getränke hatte ich nicht selber eine gemacht damals meine eigentlich schon hmm das zeitung war auch schon fertig ach ja da oben leuchtet was ja ja Ah, da war noch was mit einsamen Grad. Wo war ich denn jetzt gerade drauf gewesen? Ach, VIP. Ahem. ich sagte mir hier nicht was ich vielleicht ausbauen sollte schade 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 war doch da hammer also auf den hammer drücken der geht automatisch rauf dann noch einmal auf upgraden und fertig ist es dann gradet er ab ja ok ich müsste jetzt noch mal eine andere sache machen was steht da verbessert es naja egal ok ich will das hier abbrechen beenden jawohl dann sag ich mal danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschi tschi